So, jetzt bin ich hier in, nennt sich haltestellmäßig Altschmöckwitz, dann schaut mal, ich werde jetzt nicht viel unternehmen, denn ich bin nämlich ein bisschen müde geworden. Ja, wenn man mal den Himmel sieht, Dreck ohne Ende, ja, da muss man müde werden. Aber, aber wie gesagt, das war der erste Versuch, jetzt mal sehen, ob wir das in der Reihe kriegen. Eigentlich müsste ich jetzt hier aufs Handy gucken, ich habe nämlich die Karte ein bisschen abgelichtet, aber wie ich ja schon eben gesagt habe, bin leicht müde. Mal hier ein Straßenbahnhof, schaut mal, ja, nehme ich an, weil das hier eine Enthaltestelle war, dann sind hier Straßenbahnen wahrscheinlich auch repariert worden. Ey, richtig cool. Hier war ich eigentlich noch nicht möglich, ja, eventuell durch den Betrieb meiner Adoptionsmutter, ja, schaut mal. So, wie ich jetzt vermute, müsste jetzt da vorne eine Straße, wenn ich mein Ziel erreichen will, vielleicht schaffe ich es ja auch noch, wenn ich mein Ziel erreichen will, müsste vorne die Straße sein, wo ich dann links weg muss. Hier, das ist nicht Schule oder was? Kindergarten. Das war früher wahrscheinlich die Schule. In dem Ort hier. Ja, herrlich. Schaut mal, daneben gleich die Feuerwehr wahrscheinlich. Ja, mein Handy fängt ja an, Blöde zu spielen. Ich hoffe, dass es aber den Aufnahmen nicht abgetan hat. So, das könnte ein Schulgebäude sein hier noch. Machen wir einfach mal ein Schloss hier. Machen wir nochmal hier ein Rundell. Hinten die Straßenbahn mit der von Spinders Fertigkommel. Und wie ich mitgekriegt habe, kann ich mit der Straßenbahn auch die 68. Stütte auch in Grünau zustängen.